ein Taxi nehmen Taxiに乗る Rufen Sie ein Taxi Taxiを呼ぶ zum Flughafen, bitte 空港まで,お願いします Wie viel kostet die Fahrt? 乗車料金はいくらですか? Kannst du mich zum Ziel bringen? 目的地,まで行ってもらえますか? Kennen Sie die Adresse? 住所を知っていますか? Bitte benutzen Sie den Zähler Meterを使ってください Ich habe es eilig 急いでいます Nimmst du bitte den schnellsten Weg? できるだけ早い道を行っていただけますか? Können Sie bitte auf mich warten? お願いします,お待ちいただけますか? Können Sie mir ein gutes Restaurant empfehlen? おすすめのレストランを教えていただけますか? Wie lange dauert es, bis wir da sind? それにつくのにどれくらいかかりますか? Bitte fahren Sie vorsichtig どうぞ安全に運転してください biswich bis Untertitelung des ZDF, 2020